Steh mir vor. Hallo, ich bin der kunde Junge. Das Ding ist, ich spiel vorne seit fünf Tagen und er seit einem Jahr. Das ist ein großer Unterschied. Oder ne, bei Feuer und... Das ist ein großer Unterschied. Ich bin der kunde, das ist ein großer Unterschied. Das ist gar nicht wahr, ich habe seit sechs Tagen gesehen. Ich habe die Kunde mit mir gerufen. Ich bin der Kunde mit dem Kunde. Die Reiki dann rufen. Ich bin tot. Ich auch. Lass mich wieder hier Denk spielen. Ähm, Handwerne. Zwei bis zwei. Man kennt ja die ganze Zeit gegen die Bots. Na ja, dann verlasse ich und dann mach ein bisschen über mich, okay? Okay, dann ladest du mich an sein. Ich hab Rache mit Rügelchen. Natürlich sieht das schon wieder Rache. Natürlich sieht das schon wieder Rache. Ich bin nicht mehr Deine aufgesorgt. Entschuldigung. Ich bin nicht mehr. Also. ich bin ganz gut ich komme zu hülle hülle ja ja Ja, besser. Erste Kuh! 2, 0 3 2, 05 Es geht gar nicht hier weg, hier sind überall. Bist du schon wieder tot? Okay, ich habe damit auch versprochen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich nicht. Fahne ist wichtiger. Gibt es bei euch ein Spielset? Ich meine schon. Wollt ihr das mal ausprobieren? Nee. Und wenn ich mich ausschließe, ich weiß. Und warum sollen wir? Ja. Ja, das ist gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich komme jetzt an der Schönheit. Ja! Ah! Ja. Ich brauch' helfen. Kammer. Alle auf mich. Alle gängen mich. Ich kammer. Ohne. Jetzt hatt' ich noch gegangen, nur weil ich besser helfen wollte. Ich hab' das Gefühl! Ach du willst? Ich hab' das Gefühl. Ich hab alle geholfen. Gewonnen? Ja. Ich hab alle geholfen. Ich hab alle geholfen. Ich hab alle geholfen. Oh ne, lass hier Handgarme machen. Das 1 ist 2 und dann gehen wir fort, okay? Das war 1,4,4,2. Ja, fahr aus und dann ehm. Ich will nicht schlafen. Er soll schon in drei Stunden, fünf Stunden, vier Stunden, vier Sekunden. so war er hat noch zu drehen kann man ja etwas das leid das leicht sind wird geil ich auch wenn es dann auch dabei beim live event ja ich hab dir ein stimmt gerade in einer stunde muss ich umfliegen Leute tut genau mein Bannerhöhung schlechter siehst du das immer hat mein Bannerhöhung schlechter was willst du? welches dann noch besser ist von den anderen als von gegen den? Effel... Moa drück mal E2 tschau drück mal E2 weil ich kann Bock auf meine eigene Bündnis gucken ähm der andere ist um 376 gegen den ich kämpfen muss der ist um drei ich bin tot Nein, weil wir noch nimmer fertig sind mit da rummögen. Guck mal, was ich gleich in Chat geschrieben habe. So ranz und hallo, ja, wow, weiß ich. Nein, noch was. Hä, da sind sonst nichts anderes geschrieben. Äh, hey lol, der Prior ist ja gar nichts, alter. Der Wächter ist noch schwerer. Ich hab ihn nicht verblühten, nicht verblühten. Ich lasse aber nicht nichts zu verblühten. Martin, was für ein Bug? Digger, kann das jemand klippen? Ein Omega, ein Omega, oh mein Gott. Das Ding ist, ich hab keinen Schein genommen, den Theo. Das Ding ist, ich hab ihn eigentlich geexekutiert und dann kann er einfach... Ich hab's grad gelesen. Ja, was glaubst du da schlecht? Da hat mich schon fast... Ja, ich bin tot. Also... Ich hab ihm gar kein Hüt gegeben. Ich puste, puste, puste. Ja, was glaubst du da schlecht? Da hat mich schon fast... Ja, ich bin tot. Und dann hab ich schon fast selbe und verrückt. Wor ist er jetzt? Omega ist abgehauen. Ich liebe die Omega! Aber hast du denn gelesen, was ich noch nicht mehr gesehen habe? Was denn? Joel Hintern. Warum hast du ihn aus der Party gekriegt? Hast du ihn aus der Party gekriegt? Ja, das ist ein Grund. Ja okay, dann gehe ich jetzt auch aus der Party. Joel hat dich aus der Party gekriegt, oder? Ich weiß. Ich mache eine neue Party. Da kann ich nicht mehr helfen, sondern gehe aus Party. Dann will ich ja schon. Ich bin Anführer. Also muss ich ihm das schlecht tun. Ich... Ich beende dich.